Hallo, hier ist wieder der Bren von PW Playdee und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Dragon Ball Xenoverse. Und wir gucken direkt mal, ob Piccolo hier was am Start hat. Ne, der hat wieder mal keine Aufgabe für uns. Und dann würde ich doch sagen, ich schau mal kurz hier vorbei, was hier abgeht. Bei den Parallelquests. Was wird da noch neu? Oh, da haben wir ein paar neue Sachen. Super Saiyan Legenda. Ah ja, ich hab ja letztens mal gesagt, ich mach vielleicht ein paar Offscreen, genau. Hab ich noch nicht gemacht tatsächlich. Ich hab gar nicht mehr gezockt seitdem. Okay, machen wir jetzt auch nicht. Ich hab nämlich Polbock jetzt hier weiter die Story durchzupreschen. Die Zellspiele sind ja gerade vorbei. Damit, dass wir, oder beziehungsweise Son Gohan, Zell schön weggepumpt haben. Und da würde ich doch mal sagen, ja Son Gohan will wieder, dass wir uns prügeln. Das hat beim letzten Mal nicht so gut funktioniert. Da haben wir ziemlich auf die Fresse bekommen, würde ich mal sagen. So, und jetzt... Keine Ahnung, das waren keine überfahrenen Tiere. Das ist nur mein Stuhl. Der ist schon ein bisschen älter. Und ich liebe es ja samstags, ja, früh nachmittags, wenn die Leute alle ihren Rasen mähen. Ich muss jetzt aber aufnehmen, denn ich bin nachher beim Dale zum Grillen. Und da muss ich natürlich jetzt ein bisschen Vorlauf schaffen hier. Im Hintergrund lädt auch schon wieder hoch. Die neuen Together folgen. Ist das nicht schön. Also, volles Programm hier. Und jetzt schauen wir mal. C17 und C18, glaube ich, sind das, ne? Und die haben gerade mal schön Future Trunks durchbohrt. Und da hast du das Cell. WTF? Ich hab die noch platt gemacht. Das ist... Das ist mein... Oh. Warte einen Moment. Was ist passiert? Der Trunks löst sich langsam auf. Trunks. Deine Existenz ist in Jeopardy jetzt. Der Zukunft ist jetzt über die Veränderung. Was meinst du denn? Was meinst du denn? Wahrscheinlich die Arbeit der beiden. Warte. Sie wollen die Geschichte ändern? Sie haben mich komplett verabschiedet? Supreme Kai der Zeit. Was soll ich machen? Warte. Es ist gefährlich für Sie zu tun, denn Ihre Existenz ist ephemeral. Aber wir haben nicht mehr Zeit. Können Sie... Guys. Was war das? Das war ganz kurz ein... Naja. Komisch das Ton. Guys, hab ich gehört. Habt ihr das auch gehört? Das klang nicht wie die richtige Tonspur. Das, äh... Naja. Auf jeden Fall sollen wir die Cyborgs jetzt aufhalten, weil der Trunks, äh, unser... der uns rekrutiert hat für die Zeitpatrouille, der löst sich langsam auf. Habt ihr ja gesehen, der ist so durchsichtig gewesen. Weil die beiden Cyborgs hier im Auftrag der beiden Mira und, äh, wie heißt die andere? Tova, äh, lösen, löschen den gerade aus quasi. Und dann existiert der in unserer Zeit nicht mehr. So. Bin ein bisschen allergisch, äh... Das schöne Wetter hat auch ein bisschen... Hat auch Nachteile. Boah! Hey, look, 17. Ja, C-17 und 18, genau. Hab ich die Tuse hier, oder hab ich den Typen? Hey, lass mich in Ruhe, C-17. Verzügeldrappe, deine... Deine Perle. Ah, fuck, daneben. Boah, wenn die beide auf einen kommen, wird's übel. Boah! Boah, der hat mich voll erwischt, ey. Jetzt kommt die noch mit ihrem Ultra hier. Hau ab! Boah, das ist... Das läuft ja noch. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Wie lang geht denn bitte das Ultra von der, ey? Ja, da haben die uns mal schön auf die Fresse gegeben, ey. Okay, herzlichen Glückwunsch. Das war ja super. Naja, halt die Fresse, Piccolo. Ich mach die jetzt alle. Die beiden Pisser. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Ja, ja, danke. Ich weiß. Ich hab die Story grad schon gesehen. Ich brauch das jetzt nicht nochmal gucken. Bla. Vielleicht schon mal jetzt nochmal das komische Geräusch. Da war's wieder. Guys. Vielleicht haben die da keine richtige Tonspur eingeführt. Ich weiß es nicht. Das könnte natürlich das, äh, japanische Original noch sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall heißt es nicht, äh, please. Was der ja sagen würde, anstatt bitte. Weil's ja englisch synchronisiert ist. So, ja, ich muss alle besiegen. Das ist schon klar. Ich wundere mich nur ein bisschen, warum die Sales-Spiele jetzt waren, bevor die Cyborgs überhaupt wieder den Scheiß gesammelt haben. Boah. Hallo, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, dann warte mal, bis ich dich aufpisse hier, ey. Den musst du aber jetzt pressen. Jawohl. Hau ab, C7-10. Ich schlag mich grad mit deiner Schwester, oder was das hier sein soll. Immer schön einer nach dem anderen, ne? Ihr wisst doch, wie das läuft. Ach, scheiße, hat die voll geblockt. Ah, doch nicht. Nice. Ah, fuck. Schön hier weg. Auf jeden Fall bin ich stronger. Auf jeden Fall bin ich stronger. Oh. Verdammt. Ich fühle mich so hilfreich. Ich muss mich grad mal kurz heilen. Jetzt musst du den immer auffressen, damit die jetzt rausgeht. Ne, hat die nicht. Oh, nein. Der hat uns schon wieder platt gemacht. Das gibt's doch nicht. Dieser dreckige Bastard, ey. Ich hatte die schon fast. Ja, 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 wir gehen back to the basics. Einen Versuch mach ich jetzt noch. Vielleicht sollte ich mir doch besser erst T17 schnappen. Oh ja, ey. Zeigt mir das doch nicht immer wieder. Das reicht doch, wenn das einmal kommt. Wenn ich einen neuen Versuch mache, ist doch gut. Ach, das kann man auch überspringen. Okay. Das wusste ich eben nicht. Mann, Mann, Mann. Also, es ist ja cool, dass ich das zeigen soll. Finde ich auch super. Soll ja auch... Die Story ist das auf jeden Fall cool. Aber, äh... Wenn man einen neuen Versuch drückt, dann wäre es cool, wenn das dann nicht mehr kommt. Oder man direkt alles überspringen könnte. Wer bist du? Hey, du guckst. Warum kommen die eigentlich Bastard zu mir, ey? Was soll das denn? Ich denke, ich werde dich ausprobieren, dann. Du Monsters! Nicht ohne Kampf! Ich werde Gohan schnappen! Du hast einfach nicht gewöhnt, hast du, Herr? Du hast immer versucht, mich zu füllen. Ich liebe dich! Jetzt bist du auch gefressen. Ich liebe dich! Ich werde dich wie ein Rumpf! Was ist dein Ultimate, ey? Warum kommt das... Warum... ...kam diese Warnung nicht? Guck mal, das ist... Das ist gar kein Ultimate. Alter, das ist voll übel. Das haut einen voll raus. Jetzt kommt die mit ihrem Ultimate. Dann muss ich weg. Ja, toll. Trunks ist schon tot. Ey, das ist... Wie soll ich das denn machen, bitte? Wie soll ich die denn bitte platt machen? Ne. We're going back to the side nest, Junge. Nicht to the basics. Dat kannst du vergessen, ey. Die krieg ich ja im Leben nicht kaputt. Achso, jetzt steht die da, weil Trunks sich auflöst. Macht Sinn. Ja, sorry, ey. Dat kannst du jetzt knicken. Dat gibt jetzt nix. Da ist ja das Quest hier mit Son Gohan noch einfacher. Guck mal hier, lauf mal ein bisschen rum, ob hier... ...noch irgendwo neue Lehrer stehen. Boah, ey, die waren übel. Da wüsste ich jetzt auch gar nicht, was ich unbedingt machen sollte. Weil... Ich könnte mir auch von den Dragon Balls jetzt nichts wünschen, was mich jetzt extrem viel stärker macht. Außer vielleicht eine Umskillung. Das könnte vielleicht ein bisschen helfen, das weiß ich aber nicht. Hier ist kein... Ne, da sind keine... Charaktere, bei denen man irgendwas machen kann. Dann müssen wir wohl einen Parallel-Quest machen. Huh. Übel, ey. Dreimal auf die Fresse gekriegt von den beiden scheiß Cyborgs da. Nicht schlecht, ey. Piccolo, willst du jetzt trainieren? Ja, deine böse Sprengung ist toll, aber die muss man erstmal aufladen, damit die richtig effektiv ist. Und das hat auch, glaube ich, keine Zeit. Ich muss einfach stärker werden. Super Saiyajin, ne, ne, das ist bestimmt auch übel. Dauert auch bestimmt mega lange. Der Sieges Cell, ja, und vorher alle anderen. Hehe. Ist auch geil. Ja, die können wir sowieso noch nicht machen, das können wir komplett vergessen hier. Okay, weil wir jetzt nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich sagen, wir gehen nochmal eine Runde auf Dragonball-Suche. Weil die Quest, das mit so ganz vielen Gegnern, das ist zu hart. Da, äh... Das schaffen wir in der Zeit dann nicht mehr. Und ich möchte nicht immer so maßlos überziehen. 15 bis 20 Minuten, das muss schon reichen. Boah, wie der den First-Hit hat einfach, gibt er gar nicht. Oh, hat er geblockt. So, keine Power mehr. So, der ist platt. Oder die sind platt. Guck mal, ist hier ein Zeitsoldat. Natürlich nicht. Ach, wie ich das hasse. Ja, nochmal von vorne. Wenn kein Zeitsoldat kommt, dann brauchen wir auch nicht zu Ende spielen. Also, ein Seil. Nein, ich werde nicht hier verlieren. Bedeut. Was in der Stadt? Ich bin so stark. so dass auch weg muskeln da die böse sprengung reichte mir eigentlich aus um die alle zu töten und dann gucken wir mal wie wir hier haben break my neck ok krieg mal hin nicht zu viel schad machen sonst schafft man den ultimate nicht mehr um den rauszuhauen denn mit dem ultimate steigt glaube ich die wahrscheinlichkeit ja jetzt haben wir auch kein dringendor bekommen aber wir schauen mal wir machen trotzdem mal weiter würde ich sagen wir haben nämlich zwei machte also wenn man keinen ring durch kriegt dann kriegt man normalerweise zwei von diesen ist er war haben oder so glaube ich und das wenn man da die die selteneren bekommen dann kriegen wir da halt viel geld für kann man dann auch zu ende machen ja ja pikku rat wer ist das power coming from hier super saugen junger Wie der immer daneben fliegt, ey, gibt's doch gar nicht. Es dauert auch einen Moment, den aufzuladen erst, das Kamehameha. Deswegen nutze ich auch gern, äh, achso, kann ich jetzt nicht. Ja, komm nur mal mit deiner Teufelskantenspirale. Hier, das nutze ich eigentlich immer gerne. Weil das halt direkt kommt. Auch, es ist trotzdem zu meinem Leben gegangen. Das gibt's doch gar nicht, ey. Normalerweise bin ich nach so viel Zeit schon längst fertig. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch so ein Goku. Ne, ausnahmsweise mal nicht. Hat man aber ein bisschen Glück, ey. Ja, das war richtig mies, weiß ich. Gewöhnlich und ungewöhnlich. Okay, ist jetzt nicht so fett. Aber auch die bringen ein bisschen Geld. Und da würde ich sagen, bedanke ich mich doch recht herzlich fürs Zuschauen. Und, äh, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Und dann gucken wir mal, wie wir dann weiter trainieren hier. Also, bis dahin. Der Brennan, auf Wiedersehen. Und tschau, tschau.